willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja kommen wir mal wieder live rein habt ihr die tage ja schon gesehen also ganz ganz zufällig wenn ich mal am aufnehmen bin aber ihr habt im titel gesehen ich spiele fünf jahre clash of clans ja ist mir gar nicht mal so bewusst geworden die tage habe ich mal darüber nachgedacht wann hast du eigentlich angefangen ist auch immer wieder eine gern gesehene frage und tatsächlich 2014 habe ich mit diesem spiel angefangen das müsste auch so juli gewesen sein allerdings mit dem account mit dem ich jetzt hier bin habe ich tatsächlich nicht angefangen sondern einer meiner jungs und ich sollte mir dieses tolle spiel unbedingt anschauen damals hatte ich mir mein erstes tablet das habe ich übrigens immer noch eigentlich für was ganz anderes gekauft und nicht so zum daddeln aber bot sich dann an und irgendwann habe ich natürlich auch mal in mein dorf reingeguckt und habe gedacht was ist das eigentlich hier aha jeden tag abgefahren ich konnte gar nicht angreifen konnte ich schon mal gar nicht hat das war irgendwie so truppen bauen und dann war es auch so ein leicht gerashtes rathaus vierer dorf glaube ich so in der zeit habe ich das angefangen aber ich habe dann irgendwann gemerkt so nach dem motto ja macht ja doch bock da liest das mal ein bisschen quer dann habe ich natürlich die ersten wikis entdeckt und habe gesehen aha so ticken hier die tropen aha ein riese geht so und mag ja so und so ging das ganze dann eigentlich los ich habe den account dann übernommen meine kinder haben jeder jeder einen account bekommen neue account sie kennt ihr auch beide und da sie kein clash of grenzen mehr spielen ja so ging das ganze so fing das ganze drama dann an hier mal sehen ob das drama hier beim speicher auch anhält oder ob es aber kleines bisschen zufrieden wurden aber gerade noch so in der aura drin gewesen glaube ich die ganzen die ganzen truppen und ein gift zauber hat er noch ein sprung zauber da geht aus noch der der king aber der adler lebt unheimlich lange aber das könnten trotzdem drei sterne werden ich bin echt mal gespannt ob das auch ein dreier wird denn ich hätte fast gesagt so ein bisschen zu meinem fünften clash of clans geburtstag hier haben wir hier netten clan als gegner erwischt der ich hatte das eben schon mal gesagt uns hier nette basis beschert denn die haben oftmals die gleichen basis hier teilweise also drei vier leute haben mir die gleichen basis und wenn die die natürlich einmal dreier ist und da ist sie eigentlich immer weil die angriffe kopieren kannst und tatsächlich ist mir sowas dann auch mal gelungen kaum zu glauben mein zweiter habe ich dann richtig schön versemmelt weil man kris court halt irgendwie schief gelaufen ist da fehlt es nur an einem lager 24 sekunden kommen da geht doch noch was aber da geht auch noch was durch eine mauer die müssen da nämlich jetzt noch mal alle durch und 17 sekunden oder das wird das wird wieder richtig richtig eng bauhütte ist aber da in reichweite gucken wir mal queen brauche ja nur so ein so ein zwei schuss pro und leute nein es bleibt die bauhütte stehen gibt das sowas gibt es das aber schöner angriff schöner angriff hier aber es bleibt die bauhütte stehen man plant seine truppen ja auch immer so dass man das dorf ja schafft aber man plant ja dann nicht dass diese alte bauhütte stehen bleibt es ist immer es ist nicht immer das gleiche aber sind wir ehrlich das waren 100 prozent und wir können das aber auch im unteren bereich hier denn elf auf elf ist auch sehr interessant wir sind hier ja ich will nicht ganz sagen ja ich glaube wir haben keine 10er mehr ich bin mir nicht ganz sicher doch wir haben noch 22 rathaus 10 und das ist aber gewesen weil hier bewerben sich dann auch immer viele die hier oder einige die hier in den clan wollen mit rathaus 10 und dann sage ich immer mensch leute lese die beschreibung nicht da steht dann schon drin rathaus 11 und mit max und mit truppen kombi glaube ich 5 40 meine ich denn anders können wir hier nicht mehr so in die kriege ziehen außer wir spielen wirklich mal einen relativ großen krieg aber jetzt gerade wo die liga ja vorbei war machen ja viele ihre helden ich muss meine helden auch machen also auch nach fünf jahren clash of clans hört das hier nicht auf dass man die helden macht aber sie brauchen ja nicht mehr so lange und dank des passes ist sie ist die wartezeit dann ja auch noch mal ein bisschen kürzer dann geht das und das will ich mir in jedem fall auch noch gönnen dass wir hier irgendwann mal zum ende kommen bevor das neue rathaus kommt ich bin da jetzt mittlerweile sehr sehr zuversichtlich im max out das heißt meine defensive ist fertig ich muss jetzt noch ein paar worten level machen nämlich sechs worten level und drei king level aber es sind keine bücher in sicht und ich möchte das ganze auch nicht vorgeben das sind lohnt sich dann nicht wirklich das zu machen und wie hat der schiquari das hier eigentlich gemacht da kommt er damit mit luft geht es jetzt weiter adler ist dann natürlich noch eine mitte schade ich weiß gar nicht warum die da nicht mehr hingegangen sind in die richtung aber da war was anderes interessanter also muss er damit leben dass der adler hier erstmal noch ein bisschen auf die lavahunde aber erstmal ballert und jetzt gehen die aber hier richtung x bogen danach müsste eigentlich jetzt auch der adler gleich drankommen wir gehen jetzt da nach außen oder beziehungsweise nach innen auf den adler jetzt ist der weg schöner fries am ende und ein schöner heilzauber noch mal gesetzt über den flächenschaden hier das heißt über den multi inferno und hat die luftabwehr ist jetzt noch ein bisschen dösig die truppen also die lunds werden nach außen gezogen aber da es haben sich doch noch ein paar lunds dazu entschieden dass sie dass sie denn doch noch richtung luftabwehr gehen und das ist dann auch immer sehr bitter wenn ein luftangriff massen und es bleibt am ende irgendwo eine luftabwehr stehen aber er hat hier noch reichlich truppen in der im back end also zum clean up und die lunds helfen ja die maja ist erstmal king und jetzt teilen sie sich glücklicherweise das heißt also die masse des flächenschadens geht dann ein bisschen nach außen bis nach innen die kleinburg hat ganz schön viele treffer punkte die dauert werden das nur ein paar lakarchen machen aber das sieht ganz gut aus hier und im elf auf elf hinten noch mal eine schwarze schöne drei sterne hier und ja wie gesagt der gegner beschert uns hier fast immer die gleichen dörfer oder nicht fast immer aber sehr sehr häufig und auf den habe ich leider nur eingemacht da lief mein kill squat nicht gut aber ich kann euch den angriff trotzdem noch mal zeigen ich muss mal eben schauen wo der war ich habe ihn von ich habe ihn gefunden nummer 9 auf nur 10 also hier geht es erstmal los wird gefahren mit einem ballon und dem elektro drachen ich hatte ein kleines problem bei mir glaube ich dieses lager stehen das war mein kleines problem bei meinem angriff dadurch ist mein kill squat nicht so gegangen wie dies hier vom paratonax denn die gehen jetzt gleich hier so ein bisschen ihr seht das da so ein bisschen diesen gang entlang die können jetzt gar nicht woanders lang gehen also bola pecker dahinter und jetzt im back end kein gift zauber dabei das heißt also die clan book musste dann irgendwie anders fallen vor allen dingen luft clan burg aber hier schon mal schön mit wut reingegangen queen auch voll mit in den wut drin und dann fällt natürlich auch ein drache und ein ballon recht schnell das stört dann der eisgule auch nicht wirklich jetzt geht es hier weiter richtung rathaus worten schon gezündet und der sprung ja ich weiß nicht ich bin ich bin mir nicht ganz sicher ob der nicht ein kleines stück weiter gehörte aber eigentlich ist ganz gut dass die truppen nicht über die mauer springen denn die bowler machen jetzt von ich nenne es mal so aus der ferne das rathaus und tippseln da nicht rein so dass sie dann nicht mehr weiter kämpfen sondern hier verendet jetzt nichts in der bombe außen schon mal die platz gesetzt habt ihr gesehen jetzt kommen die fries gleich bei den flächen schaden also bei den magiertürmen perfekt gesetzt hier der jetzt kommt der nächste immer gerade so wenn die im anflug sind ist natürlich wirklich krass und dann ist es ja auch nicht mehr viel der multi hat da ein paar ziele und kann jetzt auch die federmäuse nicht mehr aufnehmen weil der war jetzt auf den pecker damen und jetzt fliegt jetzt fliegen die noch einmal rüber die brauchen aber doch ganz ganz schön lange für gewisse sachen die dann auch viele treffer punkte haben das ist jetzt gleich hier unten am am gold lager da brauchen die ganz schön lange für ich meine ist schon edel dass man die dann noch zum cleanup hatten die nicht irgendwo verendet sind aber an solchen sachen da waren die dann auch ganz schön lange dran da haben wohl die verteidigungsgebäude nicht ganz so viele treffer punkte aber ihr seht das auch oben alle drei pecker damen noch da also richtig krasses ding hier zum fünften jahrestag von mir und clash of clans ist das schon schick wir führen hier mit ich weiß gar nicht acht sterne zu einem drei sterne der gegner ich will jetzt nicht sagen er macht angriffe so will ich mal sagen punkt mehr möchte ich da jetzt nicht darauf eingehen und ich will auch ein bisschen weitermachen hier in meinem dorf denn auch nach fünf jahren wie gesagt ihr seht da oben fünf irgendwo verfolgt mich heute die zahl 55 baarbeiter frei und wir wollen in jedem fall mal ein weiter setzen ich hatte mir jetzt extra ich hatte mein buch im shop kaum zu glauben für 500 habe ich mir auch gegönnt und habe jetzt extra gespart ich habe aber gedacht bringt bringt irgendwie trotzdem nichts das heißt also ich wollte eigentlich den worten eine stufe höher bringen das mache ich mit dem buch jetzt habe ich noch so viel dunkles für ein king was heißt so viel dunkles so viel dunkles habe ich gar nicht aber wir hatten ja gerade clanspiele und ich glaube ich kann mir wieder ein hammer gönnen jawohl ich kann mir einen hammer gönnen damit soll der king ein hoch gehen also alles nach plan und jetzt fehlt mir ich glaube ich glaube mir fehlt so ein bisschen mir fehlt gerade ein bisschen dunkles ich kann ihn glaube ich noch nicht ganz mal der kostet 188 1800 oder sowas dann müssen wir noch gerade so 2300 dunkles hier holen ich suche mal eine gescheite base und dann sehen wir uns gleich wieder ja und in dem event kann es gar nicht besser kommen ich bin ja auch gar nicht so hoch von der liga ich habe jetzt gesehen viel ausschaut ja tot oder hast du nicht da hast du die rechnungen nicht ohne den hier gemacht ich wollte mir eigentlich nur nur schon mal gerade den adler holen und kann dann sicherlich mit den riesen hier weitermachen auf dieser flanke hier was habe ich denn eigentlich dabei was muss ich dabei haben ich muss mal eben überlegen ein paar mauerbrecher habe ich in jedem fall dabei ich habe hier war das ist auch so eine unaufgeräumte base diesmal gerade irgendwie irgendwie ist ja machen aber aber auch auch nicht naja ok dann schicken wir die wallis mit rein ich pumpe hier alles rein denn ich habe hier eine echte nette nette farmtruppe für mich entdeckt gerade hier im event ist klar die kobe ist hier sind natürlich mir die liebsten keine frage die können auch ruhig außenrum in der mitte müssen die nicht so wirklich rein stelle ich gerade mal so fest ich habe behalten wir mal noch so ein paar hier außen aber ich habe bin ja max also das heißt ich ich habe alles fertig und ich kämpfe hier mit mit den skellys die skellys sind einfach der hammer muss ich mal so sagen und ist eine super zaubertruppe zum fahren hier ich habe ich habe die jetzt für mich entdeckt im zuge dessen dass ich immer so ein bisschen elex aufsparen wollte für meine für meinen worden habe ich mal gedacht nimmst du einfach dunkle zauber mit die sind ja jetzt nicht so super teuer und die skellys sind die absolute oberklopfer da unten seht also übrigens warte mal ein bisschen näher rein da sind sie einige haben immer noch ihr schild an und und dies kleine das kleine das kleines also das schild und schwert und haben auch eine mütze auf sich also das ist echt der hammer die truppe hier kann ich euch nur empfehlen wenn ihr es ein bisschen überhaupt und den auch schon relativ hoch habt dann ist das erste wahl ehrlich also das ist das ist ein träumchen der der zauber und mal sehen ob wir den ich irgendwo mal im ck einsetzen können nach fünf jahren will es ja auch mal zeit dass man den skelett zauber wieder nimmt so lange gibt es ja noch gar nicht im spiel aber okay jetzt haben wir in jedem fall das dunkle für den dicken und dann können wir den auf alle fälle hinlegen 193.000 wir können auch noch ein bisschen mehr machen 191.000 wieso kosten der spazier 191.000 eben hat er weniger gekostet 188.000 habe ich jetzt irgendwas verkehrt gemacht warte mal habe ich jetzt trainings muss den nehmen uns mal endlich die 2061 ein bisschen ist er noch hin hinten kriegen wir noch ein buch aber dauert noch ein paar tage ein tag 21 stunden das machen wir in jedem fall im nachtdorf kann ich im moment noch nicht angreifen aber drei stunden dann kann ich auch hier mit meiner 28 kampfmaschine durchstarten ja merkwürdig ich hatte gedacht der kurs 188.000 na egal wir legen den dicken hin kein thema und machen hier oben noch morgen eine mauer hier und ich glaube die muss ich dann heute auch abholen sonst wird das alles ein bisschen voll hier denn wir müssen ja trotzdem wieder ein bisschen rein fahren für den king und können erfasst fast eine zweite mauer machen ich hatte hier ein ressourcentrank genommen dann nehmen wir die da oben glaube ich für vier mit dann schaffen wir heute noch die spiel eine mauer schaffe ich ganz ganz sicher da oben geht es im gold schon wieder los ich hoffe die folge hat euch gefallen also fünf jahre clash of clans also nicht fünf jahre das spiel sondern ich spiele seit fünf jahren das spiel gibt es mittlerweile seit 2012 glaube ich also sind noch mal zwei jahre drauf gesetzt irgendwann kommt jetzt denke ich mal auch der siebte jahrestag hier als den es wieder zu feiern gibt ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen aber ein bisschen was gesehen hier aus dem laufenden fünf jahrestag totos klarkrieg und ich würde sagen wir sehen uns am wochenende bis dahin euch ja tuto näst